Die amerikanische Ratingagentur Fitch hat die Bonität der USA abgestuft. Das erinnert so ein bisschen an das Jahr 2011, als S&P, die Ratingagentur S&P 500, dasselbiges getan hat, von AAA auf AA+, also eine Stufe drunter. Damals echte Konfusion an den Märkten. Und wir wollen uns die Geschehnisse mal anschauen im Zusammenhang, was passiert mit den Aktienmärkten, was mit dem Dollar, was mit den Kapitalmarktzinsen. Denn da haben wir so eine Art Muster aus 2011, das sich vielleicht abgeschwächt, aber so ähnlich doch ein bisschen abspielen könnte. Gestern hatte ich getitelt Schuldenzunami USA, steigende Kapitalmarktzinsen und Aktienmärkte. Ja, das ist ein echter Tsunami, auch wenn manche Kommentatoren meinen, das sei ein bisschen reißerisch. Nee, das ist wirklich grafisch darstellbar, was das alles bedeutet. Und wir haben gestern trotz schwacher US-Konjunkturdaten gesehen, dass die Kapitalmarktzinsen ergo die Renditen für US-Staatsanleihen nach oben gegangen sind. Die 10-jährige US-Staatsanleihe deutlich über die Marke von 4%. Und das hat viele verwundert. Naja, die Daten waren doch schlecht. Die JOLs der ISM-Index-Gewerbe waren jetzt nicht Katastrophe, aber waren doch ziemlich mau. Normalerweise fallen dann die Renditen, sodass Goldman Sachs sagt, ja, also die meistgestellte Frage gestern war, warum sind die Renditen für die 10-jährige Staatsanleihe über die 4%-Marke gestiegen? Man führt hier einige Gründe an, viele technischer Natur, aber der Hauptgrund dürfte ein anderes sein. Schauen wir uns hier mal an, wie Fitch, wie CNBC hier diese Schlagzeile formuliert. Downgrades US Long-Term Ratings. Und sagt hier, das ist praktisch die Fiscal Detauration, also die fiskalische Verschlechterung in den nächsten Jahren. Und man spricht hier auch von einer Governance, also von Problemen, was die Regierung betrifft. Wir haben ja immer wieder dieses Hick-Hack um die Anhebung der Schuldengrenze. Und hier sehen wir mal das eigentliche Problem. Die Amerikaner werden gut eine Billion neuer Schulden aufnehmen zwischen Juli und September diesen Jahres. Und dann kommen noch mal 852 Milliarden obendrauf. Zwischen Oktober und Dezember sind also über 1,85 Billionen an neuen Schulden. Ich hatte gezeigt, dass es nur 10 Länder gibt, die überhaupt ein solches BIP erreichen. Alle anderen Länder, also weit, weit über 100, die kommen nicht mal mit ihrer jährlichen Wirtschaftsleistung an diese ganze Geschichte heran. Und hier sehen wir das mal. 1,8 Billionen dafür brauchten die Amerikaner. 209 Jahre, um das zu erreichen. Und unten sehen wir schon, wie die Dinge hier nach oben eskalieren, könnte man sagen, was die Verschuldung betrifft. Und hier nochmal die Begründung von Fitch. Hier sagt man Erosion of Governance. Also immer wieder dieses Hick-Hack um die Anhebung der Schuldengrenze. Rising Government Deficits. Wir sehen ein extremes Defizit in diesem Jahr in den USA. Warum, werde ich auch gleich zeigen. Debt Rising. Also die Schulden steigen immer mehr. Unaddressed Medium Term Fiscal Challenges. Und vor allem, dass alles in einem Zinsumfeld, wie es derzeit ist. Man erwartet seitens von Fitch noch eine weitere Zinsanhebung durch die Fed. Aber entscheidend sind eben die hohen Zinsen. Und hier sehen wir mal das, was das Büro oder das Haushaltsbüro des Kongresses hier an weiterer Entwicklung projiziert. Und da sehen wir die Schulden. Die dürften dann im Jahr 2050 etwa fast 200% des BIPs erreichen. Und dann hat jetzt Larry Summers, ehemaliger Finanzminister der USA unter Obama gesagt, also okay, wir haben natürlich Long Run Fiscal Challenges, wir haben Herausforderungen langfristig. Aber die Entscheidung der Ratingagentur heute dieser Abstufung, das sei doch bizarr und unangebracht. Wirklich ist das bizarr und unangebracht, wenn eine Nation so komplett über ihre Verhältnisse lebt und dann sich eben die Frage stellt, naja, wer finanziert das, wer ist denn bereit, diese Schulden zu kaufen und vor allem zu welchen Renditen, zu welchen Zinsen, nachdem eben die Zinsen so stark gestiegen sind. Also hier hören wir Larry Summers, also das sei doch ziemlich unangebracht. Ähnlich hat sich dann auch die gute Yellen geäußert. Die hat gesagt, also wir sind der absolut sichere Hafen und liquide, die amerikanische Wirtschaft ist fundamentally strong, genau. Und die Banken sind sicher und wohl kapitalisiert. Jetzt sagt Daniel auch noch, ja, das passiert doch auf outdated data, auf veralteten Daten. Da hat sie völlig recht, denn damals oder noch nicht vor allzu langer Zeit mussten die Amerikaner nur 500 Milliarden Dollar Zinsen zahlen im Jahr. Jetzt sind es gleich eine Billionen, wie ich gleich zeigen werde. Und nur eine Maya McGee, Präsident of the Budget Watchdog Committee, die sagt, okay, man kann ja zu dieser Abstufung stehen, wie man will. Aber Fakt ist, wir sind auf einem nicht nachhaltigen Irrweg mit dieser massiven Verschuldung. Das ist leider der Fall. Jack Schumer hat den, der Demokrat hat den Republikanern gleich die Schuld in die Schuhe geschoben. Ihr habt euch doch geweigert, die Schuldengrenze anzuheben. Seht ihr, das habt ihr jetzt davon. Also das politische Hickhack beginnt sofort. Und hier sehen wir mal, eine Billion Schulden, eine Billion an Zinsen muss der US-Staat hier bezahlen. Denn selbst wenn er jetzt keine neuen Schulden mehr aufnehmen würde, dann, was natürlich illusorisch ist, also die Schuldenbelastung, die steigt immer mehr, solange die Zinsen eben so weit da oben sind. Und das einhergehend mit einer absoluten fiskalischen Verschlechterung. Denn die Steuereinnahmen, die sind so stark eingebrochen in den USA wie zuletzt in der Finanzkrise. Nämlich um 10 Prozent. Das ist eine Menge Holz. Das heißt, die Amerikaner machen immer mehr Schulden, haben durch Steuersenkungen, durch Steuergeschenke, vor allem für große Unternehmen, immer weniger Einnahmen, also immer mehr Ausgaben, immer weniger Einnahmen. Da würde jede Bank sich da Gedanken machen, wenn sie bei dieser Bank Kredite haben. Und dann würden die sagen, das ist doch nicht gut, wenn ihre Ausgaben permanent steigen und ihre Einnahmen sinken. Das ist unschön. Also absolut berechtigt sachlich hier diese ganze Geschichte von Fitch. Hier sehen wir mal dieses Budgetdefizit, das die Amerikaner machen. Das war nur in der Finanzkrise noch einen Ticken höher und natürlich in Corona. Das allerdings war eine Ausnahmesituation, die sich allerdings verstetigt natürlich in gewisser Weise, was die Schulden betrifft. Also wir sehen, da ist absolute Fleisch an dieser Aussage von Fitch. Jetzt hatten wir das Ganze 2011 schon mal. Damals S&P 500, nee nicht S&P 500, S&P, die Ratingagentur, haben die Amerikaner abgestuft. S&P gilt als die wichtigste der Ratingagenturen. Dann kommt Moody's, dann kommt Fitch. Also Fitch ist die Nummer drei. Deswegen dürften vielleicht, erstens, weil wir das schon mal erlebt haben mit dieser Abstufung, und zweitens, weil es in Anführungszeichen nur Fitch ist, die Sachen etwas sanfter laufen heute, aber dennoch Volatilität zu erwarten, jedenfalls. Damals, das war der 8. August, der hat, nee am 5. August, also ganz ähnliche Zeit wie jetzt. Heute ist der zweite, wenn ich das richtig in meinem Alzheimerhirn noch reproduzieren kann. Also praktisch vor zwölf Jahren, ziemlich exakt, hat der S&P das gemacht. Downgrade damals eben auch mit dem Argument, naja, also damals gab es auch schon dieses Hickhack um die Schuldenobergrenze und so weiter und so fort. Und die Regierung hat sich dann ein Stück weit gerecht, indem man gesagt hat, naja, S&P, nämlich die Deliberatingagentur, ihr habt ja damals in der Finanzkrise jeden Schrott mit AAA bewertet, also mit Bestnoten. Gerade hier bei Mortgage-Back-Securities, bei Hypothekenanleihen, da müssen wir mal Untersuchungen machen. Und dann musste auch der Chef, nämlich David Sharma, musste dann wenige Tage später zurücktreten als Chef von Standard & Poor's, also S&P. Und das zeigt schon, wie die Dinge hier gelagert sind. Also mal sehen, ob Fitch hier auch praktisch Haue kriegen wird. Frage, wie ist die Reaktion der Märkte damals gewesen? Die Indizes haben zwischen 5 und 7 Prozent verloren. Das ist eine Menge Holz, ist heute nicht zu erwarten, wie gesagt. Aber, und das ist auch sehr, sehr wichtig, wir haben gesehen, dass der Dollar gestiegen ist und die Renditen gestiegen sind. Dollar-Paradox eigentlich. Denn es wird ja die Währung eigentlich abgestuft, die hier betroffen ist oder die hier adressiert ist, nämlich die Währung der USA. Aber der Dollar ist eben mehr als nur die Währung der USA, sondern die Weltleitwährung, in der die Welt verschuldet ist. Der sichere Hafen gewissermaßen. So sicher natürlich angesichts dieser Defizite ist es natürlich nicht. Aber auf der anderen Seite sehen wir jetzt, dass zunächst mal die Treasury Futures nach oben gegangen sind. Das heißt, die Renditen erst mal gefallen sind und der Dollar schwächer wurde. Also wir haben zunächst mal eine umgekehrte Reaktion gesehen, wie 2011. Damals Renditen gestiegen, heute zunächst mal, oder im Asiatischen Handel zunächst mal gefallen. Damals Dollar gestiegen, heute zunächst mal gefallen. Aber ich denke mir, das kann sich umdrehen. Praktisch als Reaktion wieder. Und hier schauen wir mal, nicht nur der Staat ist ja massiv verschuldet, sondern die amerikanischen Konsumenten. Wir haben jetzt, American Credit Card Balance ist at a record von minus 7.300 Dollar, haben die Amerikaner durchschnittlich. Dabei haben sie 5.300 Dollar durchschnittlich an Ersparnissen. Das heißt, die Schulden, die sie allein auf ihrer Kreditkarte haben, sind höher als das, was sie an Ersparnissen haben. Aber wir sehen, dass 40% der Amerikaner praktisch ohnehin nicht mal 1.000 Dollar haben. Und die Amerikaner versuchen sozusagen, die gestiegenen Kosten durch die Inflation über die Kreditkarte auszugleichen. Aber das ist ein teures Vergnügen, denn hier sehen wir mal, aufgeschlüsselt nach verschiedenen Kategorien, Was kostet denn die Überziehung oder die Negativsaldo auf einer Kreditkarte? Durchschnittlich 24,58% Zinsen. 24,58% Zinsen. Das heißt, in etwa 4 Jahren, wenn sie 10.000 Dollar Schulden haben, dann hat sich in 4 Jahren etwa diese Schuld verdoppelt auf 20.000. Das muss man sich mal vorstellen. Das kann also nicht lange gut gehen. Wir sehen also den amerikanischen Staat auf einem nicht nachhaltigen Schuldenpfad. Wir sehen, die amerikanischen Konsumenten leben über ihre Verhältnisse. Und dann argumentiert, sagen wir, die Wirtschaft steht doch super da, oder? Naja, eine Pumpwirtschaft, du musst für 1 Dollar Wachstum 16 Dollar Schulden machen inzwischen. Also, das ist nicht nachhaltig. Hier sehen wir mal die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Die könnte, wie gesagt, hier deutlich ausbrechen, über die 5%-Marke gehen. Das würde dann noch mehr Schmerz bedeuten. Und dann ist die Frage, diese Entkoppelung zwischen Nasdaq und den Renditen, die ja seit März etwa der Fall ist, seit der Bankenkrise. Davor lief das 1 zu 1. Renditen rauf, Nasdaq runter. Renditen runter, Nasdaq rauf. Mal sehen, was da jetzt passieren wird. Und dass hier die Renditen ausbrechen, hatte ich gestern schon gezeigt. Oder Potenzialfall einen Ausbruch haben. Etwa die 30-Jährige unten oben TLT, also ein ETF auf länger laufende US-Staatsanleihe. Staatsanleihe auch der Dollar an einem kritischen Punkt. Wir haben gestern gesehen, Dollarstärke trotz Mauerdaten, Konjunkturdaten aus den USA. Der S&P hat sich um den ansteigenden Dollar nicht geschert, aber er steigt gerne, wenn er fällt, der Dollar. Also der Dollar an einer wichtigen Marke hier. Trendbruch nach oben jetzt, nachdem er lange im Abwärtstrend war. Der Euro könnte nach unten brechen oder hält er diese Aufwärtstrendlinie. Also das sind wichtige, das sind entscheidende Marken. Und hier sehen wir mal, Dollar ist wichtig. Denn der Dollar ist eine Art Vorlaufindikator für den Wix, also für die Volatilität, für das Angstbarometer, wenn man so will. Wir sehen ja jetzt, dass die Vermögensverwalter zu über 100% teilweise gehebelt jetzt drin sind. Hier sehen wir nochmal diese immense Lücke zwischen Nasdaq und den invertierten 10-Jahres-Renditen. Was rechts hier diese Grafik zeigt, ist, dass Aktien in Relation zu Anleihen so teuer sind, wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Und gleichzeitig sind Market Maker, also Dealers, diejenigen, die vor allem Optionen an den Mann bringen, die sind jetzt extrem long. 5 Milliarden Dollar, weil eben wieder Schmidts Katze und ihr Herrchen alle Long-Optionen-Calls kaufen. Dann müssen die Market Maker sich absichern. Wir sehen jetzt auch, dass Asset Manager deutlich nachgezogen haben mit ihrer Positionierung im Markt. Und wir sehen dann solche Geschichten wie Yellow, dieses drittgrößte Transportunternehmen aus den USA, pleite. Die Aktie mal eben 584% gestiegen, also auch wieder totaler Irrsinn. Der Dreck wird wieder nach oben gespielt, genauso Tupperware, 800% in zwei Wochen gestiegen. Auf der anderen Seite haben wir sehr, sehr gute Zahlen von Uber gesehen, diesen Taxi-Unternehmen, wenn man so will. Aber die Aktie dennoch 5,7% gefallen. Aber insgesamt Gier ist am Markt. Das sehen wir wieder an allen Freunden. Was soll schon schief gehen? Dabei ist eben Anfang August eine Zeit, in der die Volatilität hier gemessen am Weg sehr gerne nach oben geht. Und der Dow Jones jetzt nur noch 4,3% von seinem Allzeithoch entfernt. Hier zeigt Sven Hendrik, dass wir solche Sachen, solche massiven Rallys schon öfter mal hatten, wo wir dann fast am Allzeithoch waren. Hier aus Zeiten der Finanzkrise. Und dann war es doch nicht mehr so toll. Mal sehen, wie es diesmal kommt. Aber wie gesagt, eigentlich ist es das fundamentale Umfeld, was die Verschuldung betrifft, die Zinsen betrifft. Nicht nachhaltig, was den Konsumenten betrifft. Da ist wirklich alles ziemlich auf Kante genäht. Darf nichts schief gehen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, die Arbeitslosigkeit steigt an. Dann können die Leute diese massive Schuldenbelastung nicht mehr bedienen. Das gilt dann auch für Unternehmen. Und dann ist Dunkeltut. Denn Ratingagentur, Fitch löst Schock aus. Erste Empfehlung. Alles, was Sie dazu wissen, müssen unbedingt lesen. Und zweite Empfehlung. Die zehn Aktien mit dem größten Potenzial für einen Short-Squeeze. Vielleicht da long gehen. Denn das machen die Amerikaner ja als Volkssport. Die Aktien, die teilweise null Substanz mehr haben, die tot sind, im Prinzip nach oben zu jucken. Weil sie wissen, dass viele da shortstehen. Gerade Hedge-Funds etc. Also diese beiden Empfehlungen mal sehen, was heute passiert. Wird spannender Tag. Ich sage Servus. Ciao.